Wir sind wieder zurück zu Belfeld Hardline. Ja, passt. Und der Sender? Sag mal was. Herr von Stauffenberg. Hey du Trottel, du bist nicht von Stauffenberg und auch kein Verräter. Geh einfach rein, schau, ob Tyson da ist und komm wieder raus. Klingt easy. So, Scanner. Wie kann ich den scannen? Ah, der macht das automatisch, okay. Ne, macht er nicht. Bin ich es gehalten. Dein Scanner ist mit allen Datenbanken auf lokaler und bundesebene verbunden. Schöne neue Welt. Ah, was schön, alter Penner. Vollgehen mit dem Scanner, damit er es nicht versorgt wird. Keine Ahnung, Mann. Können sich alle Typen scannen. Wir müssen jetzt quasi einen Moment warten. Hey Mann, ich suche Tyson. Tyson, das ist nicht so einfach. Komm, schau, an. Jetzt lass mich nicht zu hängen. Alter, geh nach Hause. Ich muss Tyson sprechen. Ganz ruhig. Reiß dich mal zusammen, Bruder. Geh, geh. Geh. Das ist schon kühl. Lasschen. Hm. Der ist einfach reingekommen. Jetzt können wir. Experte Level 1. Neue Handfeuerwaffe freigeschaltet. Ich guck grad nur, ob hier... Ich guck grad nur, ob hier... Ich guck grad nur, ob hier... Ganz schön dicke Luft hier drin. Ist Tyson da, oder nicht? Ja, wir reden gleich. Verstanden. Hol den Ball, alter! Oh, oder f***? Tyson ist da hinten. Du hast fünf Minuten. Ja, danke, Mann. Tab, was willst du hier? Das ist Tyson. Scan ihn. Wir brauchen Beweise. Fuck. Es kann Tyson nichts nehmen. Tja, ich weiß auch nicht, Mann. Der soll sich bewegen. Hör auf, überall nach mir zu fragen. Das ist zu gefährlich. Tyson! Einmal noch! Bitte! Mann! Setz dich hin. Ich schau, ob ich was machen kann, okay? No problemo! Kein Problem, Mann! Ob das so gut ist und so toll ist, ist es jetzt, glaub ich, dahingestellt, ey? Moment mal. Wer ist das? Keine Ahnung. Was sollen wir machen? Wo, 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 so geht das nicht, so geht das nicht! Ich kenne so viele von den Küken wie möglich. Oh, scheiße! Die sind hinter Tyson her! Komm, wir müssen zu ihm los! Zentrale, hier 13, hier wird geschossen. Wir greifen an! Alle Einheiten, Schießerei gemeldet. Ecke 3 und 33. Die Lohns kennt. Es gibt eine Belohnung, wenn wir den festnehmen. Alles klar, versuchen wir natürlich auch. Ich versuche, alle Ziele zumindest, die Hauptziele so gut wie möglich zu erreichen. Ob es immer klappt, weiß ich noch nicht. Na denn? Mehrere Ziele zur Aufgabe zwingen. Zücker der Marco um maximal drei Gegner, okay. Meinst du, echt nicht so Leute aus Guarres? Aus Atlanta vielleicht, aber doch keine Mexikaner! Halt, die Typen, die hier rummallern! Wer sind die? Keine Ahnung! Ach, ne Scheiße! Drecksbollen! Kein! Alles klar, Nick! Machen wir die mal mit? Oder haben wir noch... Die andere Waffe mehr Pony-Munition. Der 35, der 48, alles klar. Gut. Unser Hauptziel... Müssen wir mal gucken. So, ich würde gerne mal... Kommen wir natürlich erstmal nicht durch. Also gehen wir hier runter. Scheinbar ist das Ziel unter uns. Nimm den Kerl mit den Haftbefehlen fest. Haftbefehle. Obwohl überwältige Verbrecher mit ausstehenden Haftbefehlen nicht tötig, um die größeren Belohnung zu sichern. Scan und analysiere Verdächtige, um ausstehende Haftbefehle zu finden. Und im Pausemenü kannst du dir per Haftbefehl gesuchte Verdächtige ansehen. Was zum Teufel? Okay, ganz ruhig! Das war jetzt eigentlich mehr oder weniger Glück, dass wir den noch haben. Wir haben ihn auf jeden Fall. Zentrale, hol den Kerl ab! Gut, dann haben wir den. So, die Frage ist, müssen wir jetzt da durch? Wie weiterm... äh, zwar durch? Scheinbar doch, ja, wir müssen uns da durch irgendwie. Ich würde jetzt mal von rechts erst mal zu dem einen Typen da durchschlagen. Gucken. Ich schleiche jetzt natürlich die ganze Gewisse... äh, gewisse... Okay, Moment. Komm, hier wollen wir zwei, hier kommen wir rein. So, lass uns mal die ein bisschen außen vor. Ich bleib natürlich in Deckung, damit die uns nicht alle direkt sehen. Also ich habe dieses Spiel tatsächlich schon privat durchgespielt, aber das war damals der Release. Das ist ein paar Jahre her. Wir sind das Spiel jetzt von 2015. Und, äh, ich habe es jetzt vor kurzem bei einem anderen Let's Play geguckt. Ich dachte, ich habe wieder Bock drauf. Und da habe ich das Spiel natürlich direkt geholt und werde jetzt natürlich für euch das auch hier Let's Play mal auf meinem Kanal. Mal, der guckt gerade in unsere Richtung. Ich schweine. Habt ihr wirklich geglaubt? Bleib, wo du bist! Halt die Fresse. Festgenommen. Oh, shit. Alter. Ja, 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 ja. Wir müssen teils näher rücken. Die Frage ist, wie viel haben wir jetzt so von denen aufgeschreckt? Scheinbar, scheinbar, scheinbar nicht so viele. Ich habe Glück gehabt, gerade. Gehen wir mal hoch. Ich glaube, die Restgegner sind scheinbar oben zu sein. Ich glaube, die Restgegner sind scheinbar oben. Ich habe mich gerade ein bisschen raus. Hört sich da vorne, steht wieder einer. Ich gehe mal schon zurück. Sparke, ich gehe mal, scheinbar. Sparke, ich gehe mal, scheinbar. Hey, Spork, sonne, kill sonne, get your bag off. Oh, my. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Da, da drüben. Fuck them all, they can eat my take, that's worth a pimp. I don't fuck them like all these fucking idiots. I'm violent, give a fuck if you deny it, kid. You can all run naked, die and wish to kill them. Hey, Dean! Ich glaube, ich habe ihn gekannt. Ich frage jetzt, wo bist du? Hier drüben! Gang sauber. Check die Zimmer. Verstanden. Beweise. Fallakten. Fallakten werden freigestellt, soweit neue Beweismittel analysiert werden. Scanner per Beweise oder näher analysieren alle Beweise einer Fallakte, um Belohnungen zu erhalten. Fallakten kannst du Pausenmenüter oder Tipps Scanner per Weisperf. Shotcard ansehen. Okay. Okay. Jetzt haben wir hier Beweismaterial für Hotshot. Register im Geld. Eine Tabelle mit geplanten Hotshot-Vertriebswegen in Miami. Okay. Okay. Tyson ist einfach zu perfekt organisiert. Ha! Wenn du wüsstest. Okay. Schau mal ran. Ausrüstung. Gut. Umso mehr Level, umso besser natürlich die Ausrüstung. G17. Oh, die G17. Oh, ich habe noch nichts dergleichen. Keine Farbe, kein gar nichts. eine schöne wir bleiben bei der normalen wenn möglich bei der hier klar kann ich das tun da wäre was soll man hier fotos hier ist die kiste alles klar nimm mal die mit die hotshot aktuale zimmer untersuchung einsatziert abgeschossen alle weißes materialien hier schon mal gefunden wenn man revolver freigeschaltet das laptop ok wir können sie nicht so machen wir müssen es quasi wenn wir nicht so machen kai sie mal tyson war gar nicht hier das war im video chat vielleicht ist er noch da nicht tut mir leid die hatten es auf dich abgesehen hallöchen tyson das wird ja immer besser hey dann kumpel tap es weg und deine leute sind tot fuck hm 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 ints hm hm Das war ein gute haupt sie haben wir ja festgenommen die musik wo man weiter jetzt eine bekannte position gegner und du bist jetzt gesehen oder wird sich einen orangenkreis angezeigt werde ich jemand sucht wird der bei seinem kopf als fragezeichen angezeigt verstecke ich versuche in den gegner und komme ihnen wenn sie dich nicht finden wir suchen sie woanders hat einer die beiden wollen scheiße die kopf können wir nicht brauchen wir sollten los bevor noch mehr kommen was zum interessante frage okay manchmal muss man nach der arbeit selbst aufräumen dann habe ich ja das ist total gut wenn ich das versuche egal alles gut nicht schlimm das ist ja klar dass wir mit dem wagen gelangen müssen jetzt mal gucken dass wir jetzt gerade mal ein bisschen aus der ruhe also die wissen die wo wir sind die Hey! Geh nach! Da drüben ist der! Hohenschutz! Oh Gott! Naja, wir haben das Hauptziel erreicht. Ähm. Ja. Ja, ja, ja. Wir haben die Positionstag. Danke, ich warte auf die Daten. Dann Franz Heißen weiß nicht, was Ihnen bevorsteht. Ich schicke eine Lufteinheit zu der Position. Wir gehen hin, schnappen ihn und hauen ab. Puh, was war die Mission? 55, weg da! Wir wollen die Kerle doch nicht aufdecken! Okay. So. Machen wir das jetzt noch? Machen wir doch. Los, mach hin, Mendoza! Durchsuchungsbefehl habt ihr, oder? Ganz ruhig jetzt. Scheinst du dich wohl mit deinen Grundrechten auszukennen? Wir sind nicht hier, um dich zu verhaften. Raus hier, los! Ich hol meine Sachen. Hey, erklärst du uns bitte mal, was los ist? Ich mach den ganzen Tag nur eins. Tabellen ausfüllen. Auf der Straße war ich schon ewig nicht mehr. Mittlerweile bekämpft jeder jeden und ich suche mir scheinbar immer die falsche Seite aus. Mehr weiß ich nicht. Können wir das woanders beschreiben? Drei! Scheiße! Woah. Oh Mann. Pass auf. Ich drück die Wunde ab, okay? So, L halten, um Druck auszuüben. Also L nach oben. Okay, aus! Nein! Ich weiß! Ich weiß! Halt einfach durch! Wir sind nicht wegen dir hier! Leck! Ich bleibe bei dir! Leck mich! Schnappt euch, Tyson! Und macht den Kopf rein! Vereiler! Ja! Nein! Gott! Verdammt! Kaj! Scheiße! Kai darf nicht sterben! Kai! Kai! Kaj! Kai zieh mich an! Kai, bleib bei mir! Gute uns hier hin. Und Sie euch! Konzentration, okay? Oh, Scheiße. Kai! 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 Scheiße! Kai, halt uns! Wo warte ihr denn? Warte, ich sehe nicht die ganzen Lichter und ich sehe nur Rauch und das sehe ich nicht allzu viel. Wow. Wie schlimm ist das denn? Oh, Mann. Scheiße, verdor, Mann. Pass auf. Ich tue die Wunde ab, okay? Okay. Auf! Wach! Dann! Ich weiß, ich weiß, halt einfach durch. Wir sind nicht wegen dir hier. Leck. Ich bleibe bei dir. Leck mich! Schnappt euch Zeißen und macht die Kopfschmerzen! Ja! Na, Eilung! Nein! 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 Ich bin gerade alles verschotten! Kai, sieh mich an! Kai, bleib bei mir! Kai, bleib bei mir! Oh, Alter! Ich bin gerade alles verschotten! Kai! 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 Scheiße! Kai, halt uns! Der ist weit her, der... Der wird nicht übersehen nach dem. Kai, von den Kostnern! Okay, alle! Jetzt habe ich den Kostnern! Hey, wir sind Kost! Wir sind Kost! Sie ist verbunden! Ich glaube, es ist die Arterie. Du hättest leicht verbluten können. Hände hoch! Das ist ja meine Begrüßung! Respektiv, wer ist das? Oh, du meinst den? Kennt sich mit Hapellen aus. Jstatver! Das ist ja Machen. Bob O bell! Allah konntest! Ah? finances! Ah Gott! Bratz!